k so leute herzlichen willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Grey ja ich lange nicht mehr Grey Let's Play, denn es geht jetzt endlich endlich weiter, Steam hat jetzt inzwischen wieder ja seine Lauf... ich weiß wie sie was bekommen, aber auf jeden Fall geht jetzt weiter äh und ja wir sind hier letztes Mal stehen geblieben und ja ich hab einfach bemerkt dass man hier einfach ne Hand aufheben kann so ja, jetzt ist natürlich wieder irgendwas passiert, ich... was hat jetzt genau passiert? was ist hier? Alter! 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 Hey! Hey! Hallo! Aaaaaah! Ich muss auch kurz neu laden Okay Also, Pistole Aufheben Okay Leckt mich doch im Arsch, ey Boah! Ihr Scheißteile schon wieder! Hallo! Hallo! Geht's noch? Hallo! Ey! Hallo! Ja geil, hier liegt ein Rohr Mann ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? So Leute, ja das fing ja schon mal gut an hier mit dem Let's Play Okay Erstmal drei Millionen Mal sterben So, kein Hit kassieren, kein Hit kassieren So, als nächstes kommen die Babys dran So, da sind sie So, nice Hier haben wir, äh gedau... gedau... Oh Gott Oh Gott Oh Gott, ja The revenge was sweet For only a moment For a taste, was weiß ich Ach du Scheiße Was ist das? What the fuck? Och, Baby! Das sind irgendwelche Bitches Soll ich die mal abschießen? Ach, Alter, komm mal ab Komm, schieß mal so ab Oh! Da, okay Ich glaub wir müssen die abschießen Komm, steck rein da Mann, ey Die Teile würde ich jetzt nicht... Wow, das war knapp So, erste Down So, Leute Und jetzt würde ich noch sagen Dass man hier Sehr viel speichern sollte Weil... Oh, Alter, jetzt hab ich geschossen hier Komm, hau ab Weil die Viecher Die regen nämlich so hart auf Ich kenn die Sehne nämlich schon Ich hab die bei dem Walkthrough Fertig angeschaut Man! Hallo! Ey! So... Könnte sein, dass ich... Ich hab kaum noch Muni, Alter Boah, das wird ja richtig scheiße Sehr gut Ich hab noch meine Shotgun Da ist das jetzt nicht so schlimm Ach! Komm, komm her Ja, ja, ja Scheißegal, Alter Es gibt's ja nicht, wie viele Babys sind denn auch Ja! So, und jetzt... Hallo! Hallo, nein! Tschüss, tschüss Nein, 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 nein Lass mich in Ruhe... Lass mich in Ruheantis... das auch also jedes Mal wenn wir eine Lady gekillt haben sollten wir es helfen weil sonst wird das echt nicht zu müssen gleich zum Wissen bei das Miro lassen lassen sich aber noch mal an Prozent Prozent erwartet es ist das wird jetzt nein da bist du noch nicht hätten ja so nein 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 Schleswig so aber denn jetzt Alter ich hätte von Millionen Viechern wo ist er meine Fresse boah ihr regt es mir auf hallo hallo das gibt es ja nicht wo ist der Typ denn hallo lauf doch lauf mein Gott bist du zu lahm oder was ey hau ab ihr scheißviecher hau ab lasst mich in Ruhe ihr scheißteile hau ab man wo ist jetzt dieser wichser hau 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 man lass mich in Ruhe hau ich heil mich jetzt ne ich heil mich hau hier 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 kannst du mit meinem Arschlecken da so ja mir scheißegal so ich hab mich jetzt gehealt mein lauf 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 du fette Sau lauf boah mein Gott ey boah ey ne 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 nein 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 oh Leute das ach sorry das hier gar nicht so was wie die Drecksviechern verpiss dich boah ich erledige dich alle mit der Shotgun ihr verfickten Ohrensöhne verpasst euch tschüss tschüss als ob als ob ne Leute also das ist echt nervig so was ist echt nervig wo ist dieser Spasti ich schieß einfach drauf wo ist der Typ ich musste so ein Zombie finden aber wo ist der tschüss trotz alter da ist er da ist er da ist er tot 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 so komm stirb ja was ey ich hab ihn umgebracht das gilt nicht nein nein ah 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 ich muss das nicht mehr jetzt so lange überleben bis dieser Wichser kommt hau ab hau ab tschüss 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 sag mal kannst du nicht sterben oder wat ciao oh jetzt noch ich halte mich jetzt mir scheißegal ich halte mich mit die fücher mich noch mal umbringen nein nein so boah die scheißhure ist endlich tot ja alter ja stirb du blöde hure was auch immer du jetzt warst alter stirb einfach du blöde missgeburt freck leute das war jetzt echt nervig ich hoffe dass jetzt als würde ich hier und jetzt warte gib mir äh secret die Stinke die 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 ja keine Ahnung was du mit jetzt bezeichnen willst ich du hast mich raus höh wenn die Leute wissen ich hab richtig viel Money verbraucht einfach nur einfach nur für diesen komischen Bossfighter oder was das jetzt war was will ich denn jetzt mit nem Messer höh was soll das oh geil und meine Pistole ist ja alle shit ich hoffe dass wir unten wieder ja ich hoffe dass wir jetzt mal hier unten irgendwie Money finden oder sowas ok sind wir da ah ja ok sich darunter ja Mother knows best und daher geht es ja kontinuiert zu dir vor okay so ich hab noch 10 Minuten 10 Minuten Zeit seit mei was wird das was wird das was wird das boah gib mir das alles brauch ich jetzt ja gib mir halt noch mehr Hallonisationen ja ist klar und die ständig blitzt hier irgendwas in meinem Zimmer oh alter was ist das denn für eine scheiße oh oh du scheiß Spiel boah boah ich hab mich grad richtig erschrocken mach das nicht so ne Scheiße hier ey wie nochmal so ein Face ne das ist ein strange hole es muss eine Schlage geiles englisch er muss nicht oh Moni ja danke komm Alter der braucht immer so er kann keinem Magazin reinstecken ich bin so ich bekomme sie ah jetzt ist es drin man kann es übrigens auch zweideutig verstehen aber jetzt müssen wir schauen wie es weiter geht hüppf tschüss 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 oh geil Hälfte der Muni ist wieder aufgebraucht was ok naja für den Spasten hab ich auf jeden Fall viel verbraucht jetzt für den Fettag da alter oh was das war immer so was hä Entschuldige ich weiß nicht was ich hier mache wo bin ich überhaupt schwillert was geblitzt in meinem Zimmer Split ständig was irgendwas in meinem Zimmer ist. Kann auch ein... Kann auch Täuschung sein, aber ich glaub, dass es echt in meinem Zimmer ist. Die Lok ist jamnt. So. Hier kann ich nicht rein. Ah, im Moment, mein Auge juckt. Oh, meine Nase jetzt auch. Nein, nicht dieses Ding da. Das ist doch immer für eine Scheiße. Das ist... Steinklumpen. Ha! Hallo? Ja, toll. Nein, ich will das... Ich kann's kaputt machen. Gib mir. Gib. Okay. Da vielleicht... Ach, Moment, da ist ein Lüftschacht. Vielleicht gibt es in irgendeinem Raum meinen Lüftungsschacht, wo wir da durch können. Irgendwo soll es doch einen Lüftungsschacht geben, oder? Ja, hier bestimmt nicht. Warte mal, vielleicht... Äh, etwas weiter vorn. Hey. Lass mich halt rein. So. Oh, da sind noch Batterien. Die hab ich völlig übersehen. Na? Hallo? Nimm's halt auf! Hallo? Bist du bescheuert? Also, er kann schon mal nichts im Liegen auf... aufnehmen. Das ist ja gut zu wissen, auf jeden Fall. Und ich find die so ne Scheiße. Wir müssen ein Key finden für diese Tür. Das sieht aus wie... Wie sieht das denn aus? Das sieht aus wie... Ach, weiß ich nicht. Aha! Was haben wir denn hier? Das sieht doch mal verdächtig nach einem Lüftungsschacht aus. Ja, da komm ich nicht durch. Wir können übrigens im Lüftungsschacht springen. Was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, aber naja. Okay. Jetzt bin ich auf der anderen Seite, oder? Ich bin auch hier. Ah, Schwedermunis. Die Muni brauche ich so unbedingt. Achso, jetzt bin ich in diesem einen Raum. Ja gut. Geh mal weiter. So, noch fünf Minuten Zeit hab ich. Okay. Okay. Oh, gib mir Muni, Alter. Bitte. Ich brauch... Nee. Bestimmt nicht. Ja, gib mir Bandagen. Und diese Kiste, die leer ist. Ja, kann ich nicht rein. It's locked. I can't open it. Alter, wie viele Waffen gibt's denn hier noch? Das ist ja... Ola, hallo. Ola gesagt. Hallo. Komm, gestern. Au! Arschloch. So. Nimm das. Oh, pfff. Hallo. Nein, nicht nachladen. Nicht jetzt. So, und das war's auch schon für meine Knarre. Okay. It's locked. I can open it. Okay. Dann möglicherweise hier lang. Stairway. Gott. Da ist ein Aufzug, den benutzen wir gleich. Ich muss noch kurz... Oh! Das ist gut! Denn ich hab von den Teilen nicht viel, ne? Ja, ich hab mich ja letztes Mal geheilt, aber gut. So, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich einen Aufzug benutzen. Gehen wir mal in den... Ja, was weiß ich was. Ich hab einfach draufgedrückt. Mal sehen, wo wir landen. Ich bin in der Welt schaffst. Nein, 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 weil ich da draufgedrückt hab, irgendwie. Das ist ein schwarzes Knopf, der sich existiert. Oh, na ja. Aber wie gesagt, nicht lang. Oh, der kommt hier nicht rein. Hallo, bist du blöd? Warte mal. Ach, da ist er. Sieht ja im Grunde aus wie ein ganz... Ach, ich glaub, wie viel halt. Gib mir halt noch mehr davon. Das ist der Bohrer. Ach so, ne, die ist auf der 4, nicht auf der 5. Hab ich verwechselt. Ich schluck, ich kann't open it. Gott. Wird ja immer besser hier. Oh! Alter! Ey! Mann! Ey, das ist ja schon das zweite Mal, dass ich mich von diesen scheiß Köpfen erschreckt hab. Boah, ey. Also. Musst du wirklich so übertreiben mit den Jumpscares hier. Oh, das war eigentlich kein Jumpscares, einfach ein Monster. Ein Vieh. Hä? Was? 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 Ein Messer. Ja, und? Hä? W- Was? Ich hab' ein Messer aufgehoben. Hä? Ich hab doch schon längst eins. Das ist da. Aber das ist das Küchenmesser, das ist ein normales. Es war nicht so simpel. Just take the knife and do it. Es war nicht so simpel. Wenn wir einfach das Messer umtun... Es! Was ist das denn? Oh Gott, lauf. Ich weiß, ich muss in den Aufzug. Tschüss. Shit, Freunde, ich hab's geschafft. Yes. So. Lass mich... Wow, die kommen hier rein. Hä? Was ist denn? Wo? Ach da. Ja, komm, ja. Scheit. Wie zieht die vierzehn so viel ab? Ja, Freunde. Ja, halt die Schnauze weg. Halt die Schnauze, so. Und ja, damit würde ich sagen, das war's mal wieder von Grey. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, ähm... Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ähm... Ja, was soll ich noch dazu sagen? Bis zur nächsten Folge und bis dann.